Die Auswirkungen von SEO-Maßnahmen bringen nicht direkt einen Erfolg, sondern sind langfristig zu bewerten. Generell umfasst die Suchmaschinenoptimierung eine Reihe von Strategien, Techniken und Praktiken. Diese zielen darauf ab, die Sichtbarkeit und das Ranking einer Website in den organischen, nicht bezahlten Suchergebnissen zu verbessern. Die Suchmaschinen wie Google und Co. besuchen regelmäßig die vorhandenen Webseiten, um diese zu indexieren und um die Inhalte zu verstehen. Je besser dies gelingt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Suchmaschinen die entsprechende Seite bei einer passenden Suchanfrage anzeigen. Das heißt, je besser die Website SEO optimiert ist, je höher ist die Chance auf ein besseres Ranking. Die SEO-Optimierungen wirken nicht sofort, da unterschiedlichste Faktoren eine Rolle spielen, welche unsere zertifizierte Suchmaschinenberaterin Anita in unserem Blog kurz und knackig erläutert. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Auch im Hintergrund Untertitelung des ZDF, 2020